Wir alle haben unsere Problemzonen. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf drei Bauchübungen, die uns helfen, den ein oder anderen Hüftspeck zu verlieren. Fangen wir gleich an. Wir legen uns zunächst auf den Rücken, dabei den Kopf nicht am Boden abstützen. Beide Arme ruhen locker neben dem Oberkörper. Nun Beine ausgestreckt von oben nach unten bewegen. Dabei wird der Boden nicht berührt. Je langsamer wir diese Übung machen, desto effektiver. Die oberen Bauchmuskeln werden gefordert. Wir wiederholen dies 30 Mal. Nun kurz durchschnaufen und dann weiter geht's mit den super beliebten Sit-Ups. Beine gebeugt und locker hoch halten. Arme auf der Brust verschränken und Kopf über den Boden halten. Nun mit kurzen Bewegungen Oberkörper hochdrücken. Dabei das Becken am Boden ruhen lassen. Die seitlichen Bauchmuskeln werden oft beim Abs-Workout vergessen. Für mich persönlich ist diese Übung essentiell. Los geht's! Wir bleiben auf dem Boden liegen. Kopf soll den Boden nicht berühren. Arme ruhen neben dem Oberkörper und stützen nicht ab. Nun beugen wir die Knie leicht und bewegen unsere Beine von links nach rechts. Achten darauf, dass wir den Boden nicht berühren. Achtung! Oberkörper bleibt am Boden. Diese Übung wiederholen wir auf jeder Seite 30 Mal und das in drei Sets.